Hallo und herzlich willkommen, so wie sich das gehört, begrüße ich euch hier bei Remastered mit der dritten Folge von FutureNet und nachdem wir in der letzten Folge ja gerade das Post Office verlassen haben, machen wir uns jetzt auf den Weg zu dieser Inquisition, denn dort wartet ja der unbekannte Freund auf uns, der uns helfen kann mit unseren Problemen. Ein Würfel, das heißt irgendwas passiert oder? Ah, doch nicht. Kann man den Typen wohl mal ansprechen? Ja klar, das ist der erste NPC, den wir ansprechen können, ich glaube es nicht. Wahnsinn. Hallo? Hi, oder hauen sie ab. Was? Geil. Thor Sigfusson, ein Isländer, der Missionar vom Beruf ist, aus Reykjavik stammt und das Netz als wundervollen Ort bezeichnet. Den wollen wir doch mal freundlich ansprechen. Das Netz ist ein wundervoller Platz, nicht wahr? Der Punkt ist, ich finde den gar nicht wundervoll, denn ich werde hier ein Tod sein, wenn es so weitergeht. Aber natürlich möchte ich mich beim Einschleimen, denn vielleicht wird mir die religiöse Kaste hier helfen können. Außerdem kommt mir seine Stimme so bekannt vor. Mal wieder der gleiche Synchronsprecher. Wünschen Sie sich nicht immer hier sein zu können? Das ist jetzt eine gute Frage. Vielleicht würde ich mir das wünschen, wenn ich nicht mit der äh, mit der dauernden Gefahr konfrontiert wäre, dass wenn ich doch mal raus wollte, sofort tot wäre. Deswegen sage ich mal ja, vielleicht wünsche ich mir das ja doch. Hier, kommen Sie zur Spiritual Note, dem geistlichen Netz, wenn Sie fertig sind. Mein Gott, das FutureNet braucht drei Sekunden, um eine Textdatei zu übertragen. Aber wir haben ein Item bekommen. Das Die Church of Amok. Die Todeskirche... Tod? Kirche? Ach, die Church of Amok. Das ist toll. Okay. Okay. Willkommen zur Church of Amok. Oh mein Gott, ist das ein langer Text. Wir leben in einer Zeit unendlicher Wunder. Was ist die Church? Sie ist eine Gruppe von Netusern, die die Erfüllung im Net unter unserem Führer Amok gefunden hat. Okay, Amok. Wir möchten anderen die gleichen Geheimnisse einweisen. Wir studieren ihm viele Wegenswege. Amok ist nicht nur eine reale Person. Amok ist unsterblich, so wie die Church of Amok bestehen bleiben, als ein lebendes, atmendes Wesen, das Individuen im Net tausende oder Millionen von Jahren leiten wird. Okay. Woher stammt sie? Amok ist ihnen erschienen. Okay. Ja. Wir befinden uns in der Spiritual Note. Da waren wir ja vor. Das ist das mit der Pyramide. Wählen Sie A für den Access-Zugang. Sprechen Sie ein, unsere Online-Spezialisten mehr zu lernen. Ja gut, ich vermute mal, dass wir ein paar Infos aus dieser Datei ziehen müssen ab einem gewissen Zeitpunkt, um da weiterzukommen. Aber, äh, das machen wir dann zu gegebenen, zu gegebener Zeit. Jetzt sollten wir erstmal gucken. Hier oben geht's ja, glaube ich, um das Level 2 Access. Da dürfen wir ja nicht rein, ne? Der Würfel, nein. Ach. Leider haben Sie eine Sperrzone getreten. Nur Lisa mit Level 2 Access-Zugang haben Zutritt in diesem Sektor. Danke für die Benutzung des Future-Ed. Bitte. Ja gut, da können wir also nicht rein. Ähm, das gleiche gilt dann wohl für den Weg an unten, aber, ähm, ich muss trotzdem. Ich bin Completionist. Ich muss einmal gucken, wie es da aussieht. Sonst macht mich das Ganze verrückt. Ja, okay. Leider haben Sie eine Sperrzone getreten. Schade, ich dachte, ich könnte diese scheiß Sound-File abbrechen. Leider haben Sie eine Sperrzone getreten. Oh nein, habe ich das Spiel zum Abschluss gebracht? Nur Lisa mit Level 2 Access-Zugang haben Zutritt in diesem Sektor. Danke für die Benutzung des Future-Ed. Ah, gut. Äh, war nur so ein zwischenzeitliches grafisches Problem. Kann man den wohl anlabern? Ne, man kann echt nur ausgewählte NPCs, die sich immer im gleichen Rhythmus bewegen, anlabern. Schade eigentlich. Ich könnte mir hier viele interessante Sachen vorstellen. Da merkt man schon, dass doch 16, 17 Jahre zwischen uns und dem Spiel liegen. Free Psychic Exam. Das klingt doch noch etwas, was ich mir gönnen sollte. Und, mal sehen. Cloud Shadow. Wollen Sie die Zukunft wissen? Wollen Sie die Zukunft wissen? Ja, ich würde. Also, Algonquian, begeisterter Anhänger aus Mali. Oder es ist Mali, egal. Ketzerei empuppt sich oft als Prophezeiung ab dem richtigen Alter. Ja, ich würde die Zukunft gern wissen. Prima, Sie sollten mal die Psychic Note besuchen. Sie haben die Antworten auf alle Ihre Fragen. Fragen Sie sich, was die Zukunft Ihnen bringen wird? Wohnen, Geld, Liebe? Alle diese Fragen können in der Psychic Note beantwortet werden. Bitte, wenn Sie herausgefunden haben, was damit aufgeführt hat... Sehr schön. Man muss nur das Richtige sagen und schon kriegt man Einladungen ohne Ende. Die Tate ist immer gotisch. Sie finden uns in der Psychic Note. Okay. In der Psychic Note. Dann schauen wir doch mal kurz auf die Karte, weil irgendwie kommt es mir gerade so vor, als ob ich die gar nicht kenne. Hier ist die Börse. Das ist aber jetzt mal komisch. Weil, als wir hier runtergegangen sind, kamen wir da ja nicht weiter. Nun gut. Zur Börse können wir also eigentlich nicht. Bibliothek sind wir und Psychic Note ist hier nicht. Das heißt, die wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Na gut. Werfen wir mal einen Blick in die Bibliothek. Da müsste man eigentlich diesen Dewey finden. Diesen komischen Bot, der uns ja vielleicht weiterhelfen kann. Warnung, heuristischer Fehlanzeile 346. Das Programm Dewey wird unstetig laufen. Programmbibliotheken könnten unverfügbar sein. Ja, über Dewey haben wir auch diese Mail bekommen. Willkommen in der Library, der Bibliothek des FutureNet. Ich bin Dewey, der Büchereikomputer. Ich kann Ihnen sofort Auskunft geben. Unsere Einrichtung bietet die umfangreichsten Daten, die jemals zusammengetragen wurden. Cool. Möchten Sie eine bestimmte Auskunft haben? Äh, ja. Ich werde es versuchen, Ihnen zu antworten. Wie kann ich Ihnen helfen? Ähm. Was finde ich jetzt interessanter? Ähm. Erst mal, ob er einen Ort kennt. Ja, Avatar hat immer Priorität, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wo Sie Ihren Avatar reparieren lassen können. Ja, das weiß ich. Nun, da bin ich mir nicht ganz sicher. Okay, also der Blaue ist der Unsichere. Der Grüne ist der Positive. Der Rote, der es nicht weiß. Aber welcher von denen sagt die Wahrheit? Ich bin ein ziemlich neues Programm und meine Programmfehler sind noch nicht alle behoben. Die Techniker arbeiten hart. Aber mich zu programmieren ist keine leichte Aufgabe. Sie tun ihr Bestes. Der offensichtlichste Fehler ist der, dass wenn ich Daten empfange, ich mich in drei Persönlichkeiten spalte. Ich glaube nicht, dass dies reale Personen sind. Der wahre Dewey sagt immer die Wahrheit. Der Anti-Dewey lügt immer. Und der verdrehte Dewey sagt entweder die Wahrheit oder er lügt. Sie können uns durch unsere Stimmen und unsere Bildschirmfahmen unterscheiden. Jetzt stellen Sie Ihre Frage bitte noch einmal. Okay, ähm, hm, ist das eine absurde Kacke. Coole Programmierer auf jeden Fall, die sowas einbauen. Okay, das war unsere Frage, also vielleicht kriegen wir es jetzt irgendwie raus, wer von denen die Wahrheit sagt. Hören wir mal genau hin. Aber eigentlich müssten wir natürlich mit einer Frage jetzt arbeiten, die uns erstmal verrät, wer von denen die Wahrheit sagt, von der wir nämlich die Antwort wissen. Aber das können wir jetzt natürlich nicht. Sowas Blödes. Äh, ärgerlich. Also, blau und rot haben die Wahrheit gesagt. Ich denke, blau ist der weiß, typ rot ist der schwankende und grün ist der Lügner? Ja, das ist der Lügner. Sie sind eine Gruppe von Menschen, die denken, dass künstliche Intelligenz für reale Menschen gefährlich wäre. Aber sie behandeln einen okay. Ich weiß nicht viel über sie, obwohl sie sind sehr geheimnisvoll. Es ist ihnen nicht möglich, Zugang zu der Turing-Inquisition zu erhalten, ohne das richtige Passwort. Glücklicherweise kenne ich das derzeitige Passwort. Meine Güte, jetzt gerade haben sich irgendwie die Farben von blau und grün nicht zu mehr und so unterschieden. Mal gucken, ob wir das Passwort rauskriegen. Also, äh, blau hatte ich ja das, wie die Vermutung sagt, die Wahrheit und rot ist der Schwanker. So, jetzt. Das Passwort lautet Xanadu. Das Passwort ist nicht Xanadu, es ist Schwerfisch. Das eigentliche Passwort lautet Mahlzeit. Äh, also mein Tipp wäre jetzt, dass Mahlzeit das Passwort ist, weil der Blaue das gesagt hat. Äh. Ich bin sehr verwirrt. Das ist ganz einfach. Einer von uns sagt immer die Wahrheit. Einer von uns lügt immer. Und einer von uns sagt entweder die Wahrheit oder er lügt. Sie sollten sich entscheiden, wem sie vertrauen können und wem nicht. Ah, guck mal, kann ich einige Fragen stellen. Ich wurde programmiert, um Fragen zu beantworten. Welche Art von Fragen möchten Sie beantwortet haben? Hm. Natürlich möchte ich ein paar faktische Fragen stellen, denn auf dieser Basis kann ich... ...den Lügner isolieren. Okay, fragen Sie mich. 2 plus 2. Welche... Okay, 2 plus 2 scheint mir die sicherste Variante zu sein. Die Antwort muss 4 lauten, dann hören wir mal rein. 4. Das war eine einfache Frage. Ich kann nicht glauben, dass Sie mich so eine einfache Frage fragen würden. Ha. Also, blau ist meine Vermutung, sagt die Wahrheit. Meinen Sie, wenn sie reif ist? Obwohl ich diese Frage mag, ist es keine gute Frage, weil die anderen immer versuchen, alles durcheinander zu bringen. Danke, blau. Ja, der Himmel, okay. Ja, ich bin mir sicher, dass der Blaue immer die Wahrheit sagt. Dann rate ich Ihnen, zur Turing-Inquisition zu gehen. Sollten Sie noch andere Fragen haben, kommen Sie ruhig her. Ich muss aber sagen, dass mir das Programm ein bisschen auf den Sack geht, denn wenn ich Fragen stelle, wie kommt es darauf, mir eine Gegenfrage zu stellen, denn provokative? Das ist ja eine Unverschämtheit. Naja, kann man jetzt nichts machen. Dann, ähm... Oh, auf einmal ist er aber ganz schnell unterwegs hier. Dann gehen wir doch mal nach da oben. Da ist eine Lady in Black. Das ist dieses FutureNet Memorial, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe von der Karte. Oha, ein Würfel. Oh mein Gott, die Rolltrap-Animation hat so lange gebraucht zum Laden. Ich muss mir angewöhnen, sobald ich jetzt alle Karten betreten habe, nur noch über die Karte auch zu reisen. Also, sobald ich alle Notes aufgesucht habe. Mahlzeit war das Passwort, das muss ich mir immer noch merken. Mal gucken, kann ich das hier anklicken? Kann ich, aber ich hab... Bitte halten Sie sich vom Net-Pionier Memorial fern. Ihr Avatar-Algorithmus, hier dirbt das Denkmal. Du verdirbst das Denkmal? Was soll das denn? Wie soll ich das denn verderben? Weil jetzt wäre ich ansteckend. Das ist... Das ist doch alles digital. Oder bin ich so ein laufender Virus? Die Inquisition. Jetzt werden wir ja feststellen, ob ich das Passwort weiß. Ohne passendes Passwort kannst du nicht glauben, an der Turing-Inquisition teilzunehmen. Wir müssen sicherstellen, dass keine künstlichen Intelligenzen in den Leseraum gelangen. Wenn du Zugang möchtest, nenne bitte das Passwort. Wenn das Passwort korrekt ist, wirst du Zugang zu unserer Test-Matrix erhalten. Das ist... Ich wollte auch gerade Matrix sagen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Der Typ Brother Pain erinnere mich ja doch ein bisschen an Neo. Es ist meine Freude, sie auszulöschen. Gefällt mir auch. Also ich bin der Meinung, das Passwort müsste Mahlzeit sein. Es sei denn, blau ist nicht der Wahrheitstyp. Dann müsste rot der Wahrheitstyp gewesen sein, glaube ich. Und dann wäre es Schwertfisch. Aber Passwort Swordfish? Nee, oder? Das ist Mahlzeit. Komm schon. Ungläubiger, das ist definitiv nicht die richtige Antwort. Dachtest du, das wäre das Passwort für unsere heilige Verbindung? Ja. Es sind chaotische Programme wie Dewey, die uns unsere Daseinsberechtigung geben. Wegen fehlerhafter Programmierung ist Dewey dreifach gespalten, wobei jeweils zwei verlässliche und eine falsche Information ausgegeben werden. Ja, danke. Dies hängt von einer künstlichen Stimmung ab. Egal welche seiner Stimmen dir dieses Passwort gegeben hat, sie versuchte nur, dich in Schwierigkeiten zu bringen. Ich kann dir einen Handel vorschlagen. Wir wollen in der Lage sein, schnell Deweys Persönlichkeiten unterscheiden zu können. Was du für uns tun könntest, ist herauszufinden, welche Persönlichkeit welche ist. Gehe zurück zu Dewey und finde es heraus. Wenn du das für mich machst, werde ich deine Indiskretion übersehen, die ganze Passwortgeschichte vergessen und dir erlauben, dich in unserem Leseraum einzulocken. Wirst du es tun? Natürlich. Gut, erstatte Bericht, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Bist dann, User. Die Realität möge mit dir sein. Ich meine, der Blau war der, der gesagt hat, 2 plus 2 ist 4 und Orange ist Orange. Das sind doch beides keine Lügen. Also, ich verstehe das alles nicht. Ja, gut, dann haben wir gar keine Wahl. Ich würde mal sagen, wir springen jetzt doch nochmal. Die Folge ist zwar fast vorbei, aber wir springen jetzt nochmal doch runter zur Bibliothek und gucken uns das an. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir Dewey nicht noch knacken können. Das wäre gelacht, wenn uns das nicht gelänge. Oh, hallo mal wieder. Haben Sie schon Zutritt zur Turing-Inquisition? Unglaublich, sowas wirklich. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine Frage haben. Wie kann ich Sie drei auseinanderhalten? Ich wurde programmiert, um Fragen zu beantworten. Welche Art von Fragen möchten Sie beantwortet haben? Hm, ich glaube, dann versuchen wir es doch erstmal mit rhetorischen Fragen. Okay, fragen Sie mich. Hm, äh, wer würde als erstes dein Leben retten? Also, es ist halt so die Frage, was, äh, ob die überhaupt auf sowas antworten können, ne? Als Computer. Eigentlich ist die Frage unnötig. Wir sind ein Computerprogramm und nicht in der Lage, Leben zu retten. Ja, dann versuchen wir es als erstes doch nochmal. Also, wer würde dann wahrscheinlich seine Straftat begeben? Eigentlich ist die Frage unnötig. Wir sind ein Computerprogramm und nicht in der Lage, ein Verbrechen zu begehen. Glauben Sie, Sie haben alle nötigen Informationen? Ne, glaube ich nicht, aber es ist, äh... Ich wurde programmiert, um Fragen zu beantworten. Welche Art von Fragen möchten Sie beantwortet haben? Okay, also die faktischen haben wir ja eigentlich schon. Und da blieb ja eigentlich hängen, dass Blau die Wahrheit sagt. Das heißt, Blau muss dann wahrscheinlich ja der Verdrehte sein. Ähm, dann vielleicht jetzt nochmal mit hypothetischen Fragen versuchen. Oder... Ja, okay, komm, machen wir die hypothetischen. Okay, fragen Sie mich. Oh Gott. Äh, okay, CD muss erst mal laden. Ähm, ja, am besten gehe ich die jetzt alle der Reihe nach einmal durch. Also wenn Blau der Verdrehte ist, dann kann es sein, dass er jetzt gelogen hat. Das heißt, dann wäre Grün der Lügner und Rot würde sagen, nicht unbedingt, was er dann auch der Wahrheiten sprechen würde. Das heißt, in meinem Kopf wäre dann Rot der, der die Wahrheit sagt und Blau der Verdrehte und Grün wäre der, ähm, der Lügner. Wenn ich jetzt den Grün-Duey frage, wer der Rote ist und ich gehe davon aus, dass der Rote der wahre Duey ist, dann müsste der Grüne jetzt also sagen, dass er es nicht ist. Ja, gucken wir mal. Ich würde sagen, dass er der Verdrehte ist. Er würde sagen, dass ich der Anti-Duey bin. Er würde sagen, dass er der wahre Duey ist. Äh, blau, also Grün hat jetzt aber wirklich gesagt, dass er der Verdrehte ist, der Rote. Und der Rote hat gesagt, er würde sagen, er wäre der Anti-Duey, aber würde der Rote damit nicht lügen? Aber dann, oh mein Gott, ey. Äh, okay. Und wenn ich den Roten frage, wer der Blaue ist, dann müsste der Rote jetzt eigentlich sagen, dass er der Verdrehte ist. Er würde sagen, dass ich der Anti-Duey bin. Ich würde sagen, dass er der Verdrehte-Duey ist. Ja. Aber er würde lügen. Ne, würde er nicht. Das heißt, Grün lügt. Glauben Sie, wir haben alle nötigen Informationen? Vielleicht, äh, vielleicht sichert es selber nochmal die... Ja, kommt zu sich halt noch einmal. Es tut mir leid, ich habe nur keinen Bock, als bei dieser Turing-Inquisition dreimal oder viermal hinlaufen zu müssen. Die hypothetischen nochmal. Okay, fragen Sie mich. Er würde sagen, dass ich der Anti-Duey bin. Ich würde sagen, dass er der Verdrehte-Duey ist. Ja, komm. Aber er würde lügen. Das muss stimmen. Das muss einfach stimmen. Okay. Ähm, also, Rot sagt die Wahrheit, Grün lügt, Blau ist der, äh, Verdrehte. Das passt ja auch, weil der Blaue hat ja bei den faktischen Fragen, hat er ja die Wahrheit gesagt, was ja okay ist. Das war ja auch anscheinend die Ablenkung, durch die ich ja auf Mindset gekommen bin. Glauben Sie, Sie haben alle nötigen Informationen? Ähm, okay, nochmal auf Nummer sicher gehen. Ich wurde programmiert, um Fragen zu beantworten. Bei den faktischen Fragen vielleicht nochmal schauen, was der Rote da sagt. Äh, weil wenn der Rote, ähm, wenn der Rote da jetzt keinen Quatsch erzählt, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, der hat ja auch irgendwie Gegenfragen gestellt, oder? Okay, fragen Sie mich. Also nochmal gucken. So, da sagt der Blaue bei 2 plus 2, 4. Das war eine einfache Frage. Ich kann nicht glauben, dass Sie mich so eine einfache Frage fragen würden. Ah, guck mal, der Grüne, das ist ja im Prinzip eine Lüge, dass er es nicht glaubt, also er kann ja eh nicht glauben, aber warum sollte er es nicht annehmen? Und Rot sagt ja die Wahrheit, das ist eine einfache Frage. Jetzt, äh, stürzt das Ding hier wieder halb ab. Okay. Ja. So, jetzt, äh, rennen wir zu dem, zu dem Laden und, äh, zeigen denen mal. Kommen Sie ruhig her. Äh, zeigen denen mal, was wir so können. Danke, Dewey. Du verrückter Hund, du, du persönlichkeitsgespaltener Library-Bot. Ja, also, hm. Ab zur Turing-Inquisition und mal schauen. Ah, du bist zurück. Ich nehme an, du hast das getan, was wir verabredet hatten. Erzähl mir, User, welcher Dewey sagt die Wahrheit und hüte dich zu raten, sonst werde ich ziemlich zornig sein. Ich rate doch nicht. Also, bitte, lass es den Roten sein. Bitte, bitte. Und welcher ist der Lüger? Yes! Äh. Ja, der Grüne. Ja. Oder? Ja, das muss der sein. Also, der Blaue ist sicher der Verdrehte, das muss der Grüne sein. Was den Bass zum verrückten Dewey macht. Sehr gute Arbeit, User. Erlaube mir jetzt, dein Access-Protokoll zu bearbeiten. Du wirst zur Turing-Inquisition eingelassen. Jedoch können wir immer noch nicht komplett sicher sein, dass du eine echte Person bist. Wenn du fortfahren möchtest, wirst du einem Test hinterzogen. Einen Test, der 1950 von Alan Turing entwickelt wurde, um die Echtheit einer künstlichen... Ach, das ist der Enigma-Typ der Alan Turing. ...unsern Leser. Ja, komm, ich geh direkt rein. Sehr gut. Klicke nur auf die Tür und du wirst zu unserer Test-Matrix gelangen. Auf der anderen Seite der Test-Matrix ist der Leseraum. Du wirst ihn sehen, wenn du das betrittst, was wie die Decke aussieht. Wie du dorthin gelangst, ist dein Problem. Ah, toll. Lang des Weges wirst du von meinen Kameraden getestet. Die Fragen, die man dir stellen wird, werden uns helfen, festzustellen, ob du in der Tat ein Mensch bist. Ich denke immer daran, dass dies ein Menschlichkeitstest ist. Das bedeutet, dass die richtigen Antworten auf die Fragen nicht immer auch die logischsten sein müssen. Der Sinn ist zu antworten wie ein Mensch. Wenn du das beherzigst, wirst du bestehen. Ein Mensch sollte nicht viele Probleme mit den Antworten haben. Aber wenn du nur irgendeine von den Fragen falsch beantworten solltest... Naja, wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Viel Glück. Bist du bereit für die Test-Matrix? Ja, bin ich. Meine Güte. Wieso haben die mich diesen Test mit Yui machen lassen, wenn sie die Antwort doch schon wussten? Was hat das gebracht? Wollten die nur testen, ob ich schlau bin? Viel Glück und möge die Realität mit dir sein. Ja, danke Neo. Dann rein damit und jetzt beenden wir diese Folge dann auch. Wir gucken nochmal kurz nach, wie es da aussieht. Oh Gott, ja. Das wird ein bisschen... Das wird ein großer Spaß werden. So, wie dem auch sei, jetzt war es das mit der Folge. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns durch die Turing Inquisition durchschlagen. Bis dann.